Hallo meine Freunde, der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's. Ich glaube, ja, einer der letzten Folgen wird folgen. Haha, Riesenwitz. Aber bevor wir, ich denke mal, das wird hier der Endfight sein. Ich denke mal, oder? Ich denke mal, das wird hier der absolute Endfight sein. Deshalb werden wir jetzt hierhin schwimmen und hier noch alles aufdecken, was wir aufdecken können. Und natürlich werden wir uns heute gegen Jäger auch nochmal anlegen. Ne, also bevor wir den richtigen Endfight machen, werden wir natürlich auch nochmal gegen die Jäger kämpfen. Die Küstenerosion betrifft derzeit über 70% der Sandstrandgebiete der Welt. Was will mich? Nein, keine Zeit. Ich habe ja beim letzten Mal, muss ich mal kurz hier gucken, wir haben ja eine Evolution, die an sich gar nicht so schlecht ist. Feindliche Fische, die 50% kleiner sind als du, sind dir gegenüber neutral. Wenn ich das jetzt verbessern sollte, geht das dann auf 40% runter? Müssen wir uns auch nochmal angucken. Sonne, verpiss dich. So, da haben wir es doch. Was können wir hier so schönes machen? Haben wir hier überhaupt was zum... Okay, Nährstoffe und... Da haben wir Nährstoffe und, ähm, ja, ne, Schilder. Nur mal ein Schilder, genau. Okay. Na, guck schon mal kurz hier, aber hier scheint wohl nichts zu sein. Aha, 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 aha. Da haben wir noch was. Snicken wir uns auch mal. Der Räger-Bund ist ständig unterwegs und sucht nach allem, was seine auszeichnende Völlerei sättigen kann. Komm mal her, du Hammerhai. Süßer Kleiner, Hammerhai. Gut bist der. Der war schuld. Nee, nee, Mutti. Ja, genau so. Ey, jetzt habe ich da hinten noch was aufgedeckt. Och, nee. Gut, hier müssen wir nochmal hin. Hier haben wir auch noch was. Diese Mineralstoffergänzung wäre unkündig, wenn der Hai eine nahrhaftere, ausgewogenere Ernährung verfolgt. Ja, Menschenfleisch, ne? Ist ausgewogen, mehr brauche ich nicht. Brauche nur Menschenfleisch, dann bin ich glücklich. Also der Hai, ich natürlich nicht. Der Hai natürlich. Ich. Jetzt bitte. Also bitte. Denken ihr von mir. Ali Hopsala, warte mal, hier war noch was. Ich finde das immer so schön, dass es manchmal... ...besteht als unersättlicher Fisch zu 90% aus reinem Appetit. ...dass sehr oft und sehr gerne auch mal, was ein bisschen schade ist, die FPS ein bisschen troppen. Auf der gutsten Xbox. Ist ein bisschen nervig. Ah, naja. Kommen wir jetzt mit klar. Der Appetit dieses Hai ist fast unersättlich. Hallihallo. Oh ja, hier haben wir wieder einen Irrgarten. Ich würde sogar sagen, wir fangen wieder oben an. Wäre das Sinnvollste, was wir tun können. Und gehen dann runter. Oh, ihr Jäger. Ich mach aus, ihr kleinen Jäger. Oh, das ist nicht klar. Haben wir einen Jägerschnitzel draus gemacht. So, jetzt haben wir die erste Ebene. Wir wollen aber ja noch runtergehen. Wir wollen ja... Hier gibt es nichts mehr, ne? Okay. Wir wollen ja noch runtergehen und gucken, ob wir da noch was finden. Weil da finden wir zum Beispiel, hier finden wir zum Beispiel noch was. Guck mal, wie viel. Aber ich glaube, das ist alles... Ist das alles noch hier drin? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, der Rest ist draußen. Weil das war's, wie es aussieht schon. Diese Rehesplünderer sind für die Reinigung des Meeresbodens von essbaren und halbessbaren Abfällen unerlässlich. Das heißt, wir können hier raus. Lieber Klaus. So. Ah, hai. Fettsack. Der Seewolf behält alles genau im Auge, bei dem es sich um Nahrung handeln könnte. So, das haben wir auch. So, und jetzt gucken wir uns gleich um die Jäger, ne? Da bin ich mal gespannt. Es wird natürlich jetzt ein bisschen heftiger, aber das kriegen wir, denke ich, mal hin. Wird schon. Ah, das haben wir auch. Und das sind auch die zwei, okay. Mann. Scheiß Menschen. So, wir haben jetzt einen Durchgang. Gut, der bringt uns jetzt nichts mehr, aber... Einfach mal haben. Und das haben wir jetzt auch. Halt. Und das haben wir jetzt auch. Und der nächste Erfolg. Er ist nicht wirklich ein Gourmet. Er frisst so ziemlich alles. Gut, dann würde ich sagen, es geht los. Wir werden jetzt Menschen jagen. Oder die jagen mich. Ja, noch besser. Ich komme. Hi. Also, hi. Also, hi. Ich bin ein Hi. Irgendwie backen die ja fest. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Der roten Hai ist ein unrechenbares, egoistisches Lebewesen. Was, der roten Hai? Ja, der ist echt egoistisch. Der ist frech. Oh, jetzt kommen die ganzen Jäger hier aus der Heise wieder raus. Oh, nee. Nicht backen. Nee. Bitte jetzt nicht. Ich dachte zuerst, ich hätte jetzt noch einen Erfolg. Ja, 100.000 Menschen gedrückt oder so. Na gut, so viele werden es auch nicht sein. Oh, nee. Nicht Dynamie. Oh, komm. Spiel doch mal ordentlich hier. Ich bin doch lieber Hi. Ich mache doch nichts. Man kann doch mit hier reden. Und Silvester ist eh noch nicht. Ich durfte auch bei Ihnen. Die machen gut damit. Vor allem die Jäger. Die Taurer. Ich bin ein bisschen nervig. Die darf ich nicht vergessen. Weil die treffen gefühlt immer. So einfach verschwinden Menschen in einem Mahlstrom aus Flüge und klappern die Tiefe. Före doch mal. Ich meine, was du da ist, du noch mit dir, ey. Stellt euch mal vor, Haie sind wirklich so aggressiv. Also wirklich so aggressiv. Sie würden unfassbar viele Menschen bilden. Da hätten wir keine Fischer mehr. Und ich glaube, so der Beruf Jäger will ich nie, ob jemand dann den Beruf ausüben würde. Zumindest hast du, glaube ich, eine relativ gute Versicherung. Im Falle des Todes, ne? Was natürlich nicht passiert. Die man ja. Ich will halt die Leichen auch noch haben. Weil ich glaube, die geben mir auch noch Punkte. Aber der ist nicht da jetzt. Ne, schade. Ich dachte... Aber schön, dass mein Hei absolut gar nicht mehr zurechtkommt, ne? Ist kein Witz jetzt. Im Sinne von... Wem der fokussieren solltet. Ihr macht mich sauer. Schade, dass sie die Tower könnten auch ruhig ein bisschen dick Punkte geben. Finde ich echt schade, dass sie gar keine Punkte geben. Ja, hier ist ein Dynamit. Selber schuld. Du musst einfach die Dynamit hier werfen. Hätte ich dich jetzt auch nie rausgekickt. Komm, hol. Also ich hätte dich zwar getötet. Aber ein bisschen liebevoller. Boah, da sieht man, dass aber, ne? Das ist halt immer bei so Open World Spielen. Also wenn man, ja, ich sag mal in Anführungszeichen ein bisschen sehr krass pusht. Was ich ja, hab ich ja schon mal erzählt. Aber ich fühle mich an jeden Open World Spielen mache. Ähm. Das ist dann noch in der Zeit relativ, äh... Ja, es wird einfacher. Und die Schiffe werden größer. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich bin mir noch nie aufgefallen, dass die dann andere Schiffe haben. Weil das ist echt schwierig, hier den Schützen da oben. Der ist ein bisschen nervig. Den da erstmal rausbekommen. Boah, jetzt haben die fast alle Maschinen... Ah, das ist... Ah, jetzt haben die fast alle Maschinen gewertet. Was war denn das für ein Sprung? Oh, 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 oh. Ah, fuck, 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 fuck. Die haben mich bekommen. Es ist nicht so oft, dass der Mensch majestätische Tiere wie den Bullenhai als gefährliche Unannehmlichkeit betrachtet. Nein. Da haben die mich wirklich bekommen. Und damit hätte ich wirklich gar nicht, wirklich gar nicht gerechnet, dass die mich noch bekommen. Aber so ist es manchmal, Kion in der Liebe. Scheiße. Na gut. Okay. Ich hoffe, die Punkte, die wir jetzt gesammelt haben, dass die... Ah, es juckt mich überall hier gerade. Ei, ei, ei. Waschen hilft, ich weiß, aber keine Lust. Nein, ich war gerade schon duschen. Ich hoffe, dass wir die Punkte behalten und nicht alles wieder neu sammeln müssen. Das wäre ein bisschen schade, aber gut, dann ist es halt so. Benjamin Franklin war erstaunt, wie schnell er im Anschluss an seine unzähligen Vergnügungsreisen nach Paris über den Golfstrom nach Amerika zurückkehren konnte. Wir haben das Schatten... Nee, wir haben das Knochen-Set, ne? Nee, wir haben das Schatten-Set. Ja, okay. Was ist, wenn ihr... Zappelschaden, äh, Boot-Biss-Schaden-Boden ist? Okay, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Problem ist, Knochen-Zähne. Knochen-Kopf. Knochen-Körper. Knochen-Flossen. Jetzt brauche ich nur noch Knochen-Pflanz. Äh, Pflanz, genau. Schwanz. Okay. Dann switchen wir jetzt mal um. Gibt uns natürlich einen kleinen Verteidigungswert und der Schadenswert ist, glaube ich, ein bisschen gestiegen. Mal gucken, ob er... Mal gucken, ob er alles auf Gold macht. Ich glaube es schon nicht. Mal gucken. Ah, ist schon auf Gold. Ja, ist ja gut. Und der Schwanz. Boah, guckt euch mal den Verteidigungswert gerade an. Was ein krasser Verteidigungswert gerade da ist. Das ist schon nicht schlecht. Gut. Ah, sieht auch... Knochen-Set sieht auch nicht schlecht aus, ne? Okay. Oh, wir sind ja... Boah, krass sind wir langsam. Okay. Ah, hier will ich nicht fighten. Das ist nervig. Wenn wir hier fighten, werden wir auch manchmal von Pottwall und sowas. Nee, wir haben hier 100%. Ich wollte nämlich gerade gucken. Aber wir haben hier 100%. Ähm, ich würde sagen... Boah, sind wir lang. Echt? Boah, krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es wirklich so einen krassen Unterschied macht. Aber... Aber... Sind die Menschen? Ja, ne? Oder? Ja, zwei Menschen. Ich weiß nicht, ob die reichen. Ah, guck, guck mal. Die haben das sogar behalten. Wunderbar. Bedrohung. Ja, wir brauchen mehr Menschen, ne? Hm. Weil hier hätte ich gerne jetzt gefightet. Hier wäre es eigentlich cool, die Arena hier. Aber bringt uns leider. Ja, wohl. Warte mal. Ich hoffe, die Jäger kommen jetzt mal mit. Oh ja. Oh ja. Man hält viel mehr aus. Oh, ich glaube, der Stratten ist aber... Hey, ist der Schatten hochgegangen? Ach, krass. Wie viel wir aushalten. Da sieht man mal, dass die einzelnen Sets auch für bestimmte Events besser sind, ne? Das Schatten-Set ist eigentlich ganz gut, um an Nährstoff und sowas ranzukommen und an die ganzen No-One-Schilder. Ja, das Knochen-Set ist ganz gut, wenn man gegen Jäger fightet, ne? Ich sehe das ja, wir verlieren gefühlt, oder, ja, was heißt gefühlt, wir verlieren keine Leben. Ja, wir halten übelst viel aus, ey. Meine Herren, der Knochen-Set ist ein bisschen okay. Ich merke auch nichts mehr von Maschinengebär, ne? Das ist halt so heftig. Weil der Maschinengebär, Damage war ja doch schon sehr an Nährstoff mit dem Schatten-Set. Oh, kommt er jetzt mal hier? Ey, Alter. Einzige, was halt wirklich nervig ist, man ist langsam as fuck. Ja, ob auch nicht zu ballern. Hammer die. Wer jetzt einmal Menschenfleisch gegessen hat, der weiß, dass es zwar das rote Marmorite aus dem Knochen hat, der Geschmack jedoch schwer definierbar ist. Schwer definierbar, das ist doch falsch. Ich habe, ich habe schon mehrere Votagen über Kannibalen angeguckt und der, einer der größten Kannibalen hier, der Kannibale von Rottendorf. Ich weiß gerade nicht mal, wie der High ist, der sich im Darknetter angemeldet hat, ähm, ja, wo der Ene aufgegessen werden sollte, ne? Die haben es ja dann nicht sein. Geschlechtszahl versucht, das hat aber nicht so ganz funktioniert, ne? Das glaube ich jetzt in die Geschichte erzählt. Aber viele sagen immer, schmeckt extrem lecker und nach Wünschen. Also ich glaube, bei den meisten Menschen, wenn man das machen würde, würden die gar nicht merken. Klar, wir haben uns dann in den Nachhinein weiß, äh, ich würde kotzen, ich würde wirklich im Strahl kotzen. Ich würde meinen Magen auspumpen lassen. Boah ey, das ist so witzig. Das Boot immer die ganze Zeit so gescheuert wird. So, mein High kommt absolut nicht zurecht, dass hier so viele Jäger sind. Wir wollten der hier runterspringen. Ich hätte mich ja so oder so gefressen. Alles gut, mein Guter. Ja, da will mich wohl jemand besuchen kommen. Auf ihn freue ich mich doch. Da ist er. Ja, dann. Was? Die Kopfgeldjäger haben offenbar zu viele Nikola Tesla Dokus geschaut. Wenn du in der Nähe dieses High Schildes schwimmst, bekommst du wahrscheinlich einen netten Stromschlag. Okay. Vielleicht kann er zerstört werden. Äh. Ja, ich habe so eine Vermutung. Oh, das wird ja lustig. Ich glaube, wir müssen das Dynamit auf den werfen. Strandevolution kann schädlich für das Ökosystem sein, in dem Lebensräume der lokalen Fauna wie Robben, Meeresschildkröten, Vögeln und Fischen verändert werden. Ich glaube, jetzt bin ich gerade auf die andere Map gekommen. Angesichts der bevorstehenden Ressourcenknappheit und des sinkenden Lebensstandards, ist es schön zu wissen, dass es bis dahin immer Salons gibt, wo man eine schöne Waffe erhalten kann. Okay, ich muss mich mal ganz kurz hier heilen, meine Freunde der Sonne. Es geht gleich weiter. Ach man, das mit der Map ist nervig. Das ist echt dumm, dass immer wieder hier der scheiß Lauterbildschirm kommt. Muss ich ja mal sagen, das ist echt ein bisschen nervig. Die Überentwicklung der Küste schafft ein gefährlicheres, komplexeres Umfeld. Tja, mit Dynamit. Wir müssen irgendwie gucken. Ja gut, so funktioniert es halt auch, sehe ich gerade. Okay. Okay, so können wir es auch machen. Okay, der Schaden ist gar nicht so wuchtig, wie ich dachte. Jetzt ist die große Frage, wo ist sein Schiff? Ich weiß halt nicht, was davon jetzt ein Schiff ist. Was ist das hier? Ich glaube, das war das hier, oder? Ach, da ist es. Das ist krass, das Schiff lebt halt immer noch, ne? Ich brauche nochmal ganz kurz. Nahrung. Ich habe, wisst ihr, was mein Gefühl ist? Da ist das Schiff. Ich darf, glaube, auch nicht so weit weg. Jetzt haben wir es. Jawollo. Rollo. Gut. Dann. Gehen wir mal Richtung nach Hause. Man sieht sich, meine Freunde in der Sonne. Man sieht sich. Was habe ich denn eigentlich jetzt für den Jägerschnitzel hier bekommen? Wieso geht er immer wieder zurück? Jetzt. Okay. Bio-Elektrischer Kopfkopf, ja. Können wir an sich auch mal ausprobieren. Weil ich bin, ich muss sagen, ich bin eigentlich mit einem Knochen-Set bin ich gerade echt zufrieden. Wenn der Golfküste relativ flach ist, kann schon ein geringer Anstieg des Meeresspiegels einen immensen Landverlust bedeuten. Sieht schon geil aus, ne? Mit dem Sonnenumlockgang hier. Oh, Sonnenauf? Ne, Sonnenumlocker. Die zunehmende Zerstörung des Golfs. Boah, krass, okay. Mit dem menschlichen Streben nach Fortschritt und Entwicklung. Die Schraube macht der Übel-Damage. Aber ich glaube nur bei Schiffen. So. Nur hier kann der Hai das Wunder der Selbstliebe erfahren. Jo, da sind wir wieder Home Sweet Home. Ich möchte mal ganz kurz was gucken, was mir das Set hier geben würde. Will mal wissen, was das aktuelle, äh, achso, damit entfernt man die, okay. Was wird denn hier? Einbetäubungszähler, okay. Das ist auch nicht schlecht. Das ist aber auch eher für die Jägerjagen, ne? Okay, 30% Widerstand gegen Geschossschaden. Okay, das ist heftig. Gegen Elektroschaden, das hätten wir jetzt gebraucht. Das ist auch nicht schlecht. Und Blitzladung. Hüllt dich in eine Blitz-Aura ein und tötet alles, was dich dir nähert. So, jetzt haben wir hier. Okay, das ist, das ist nicht schlecht. Das können wir uns vielleicht auch nochmal angucken, Alter. Was braucht man da für die blauen, die gelben Dinger, ne? Ja, das werden wir aber dann in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss. Bis dann. Nein.